und zog eine dicke Klinge aus einer Art Plastik hervor. Wäre sie aus Metall gewesen, hätte der Scanner sie bemerkt. Kein Problem, sagte ich und ließ meinen Hals um meine Schultern kreisen. Nur ein Fehler unsererseits. Wir haben dich und deinesgleichen hier die letzten paar Nächte ungeschoren rausgehen lassen. Dieses Mal werden wir dich heraustragen. Ich fand es war cool, das zu sagen, aber der angeheuerte Schlägertyp vor mir hielt es nicht für witzig. Sein Lächeln verblasste, als er versuchte, mit seinem Messer auf mich einzustichen. Ich war bereit. Ich schnellte vor, warf mich mit geballter Kraft auf ihn und riss ihn zu Boden, wobei wir beide zusammen durch die Eingangstür des Clubs flogen. Ich hatte ihn nicht einfach nur geschubst, um ihn rückwärts fallen zu lassen, sondern ihn unter Nutzung des Drehmoments regelrecht von den Füßen geholt und ihn dann direkt hinter der Tür auf den Boden gepinnt. Leute schrien und wichen vor uns zurück. Die Fassade des Halbmondes war eigentlich nur eine breite Halle, an deren Ende sich ein paar aufsteigende, zylinderförmige Elemente befanden, die es unseren Gästen ermöglichte, den Club auf der Dachterrasse zu besuchen. Aus meinen Augenwinkeln konnte ich sehen, wie meine Zenturien mit dem Rest der Schläger kämpften. Ich wollte ihnen zu Hilfe eilen, aber zuerst gab es noch etwas zu erledigen. Der Mann unter mir hatte inzwischen Luft geschnappt und versuchte erneut, mich mit dem Messer, das er immer noch in seiner Hand hielt, anzugreifen. Das geht gar nicht, sagte ich zu mir selbst. Ich saß auf seiner Brust. Mit der linken hielt ich seine Hand mit dem Messer am Handgelenk fest, mit der rechten verpasste ich ihm fünf Schläge mitten ins Gesicht. Adrenalin füllte meine Brust mit einem angenehm warmen Gefühl. Mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich kämpfte gegen das Gefühl der Zufriedenheit an, dass ich bei dem, was ich tat, verspürte. Es war nicht so, dass ich Freude daran hatte, anderen Schmerzen zu bereiten. Aber, wenn ich ehrlich war, musste ich zugeben, dass ich mich im Kampf am lebendigsten fühlte. Als wäre das vor allem anderen das, wofür ich geboren worden war. Ich holte aus, um erneut zuzuschlagen. Das Gesicht des Mannes war bereits total geschwollen. Er lag schlaff unter mir. Der schrei riss mich aus meinen Gedanken. Ich sah nach rechts, wo Karl rückwärts stolperte und fiel. Eines dieser Plastikmesser steckte in seinem rechten Bein. Ich sprang auf die Füße, um ihm zu helfen. Der Kerl über Karl zog seine Waffe mit einer Drehung heraus. Ein manischer Glanz erfüllte die Augen des Schlägers. Karl knirschte mit den Zähnen. Er versuchte aufzustehen, und dabei blieb sein Gesicht ohne Deckung vor dem nächsten Schlag. Ich rannte schneller. Es war eine kurze Distanz. Trotzdem, ich würde alles geben müssen bei diesem Angriff, wenn ich nicht wollte, dass man Karl für den Rest seines Lebens für einen Weltraumpiraten mit Augenklappe halten würde. Das Messer sauste genau in dem Moment auf ihn nieder, als ich den Mistkerl angriff. Das Messer saß.